Drei Tipps. Wir sparen. Der erste Tipp. Ungefähr 30.000 Euro. Wir sparen es. 8.000 Euro sparen. 4.500 Euro. Ein weiteres Mal maßgeschneidert für mich. Da haben wir nochmal 3.500 Euro gespart. Gute Zusammenarbeit. Die ganzen 18 Jahre hat Herr Schütt mir immer zur Seite gestellt. Über 10.000 Kilometer hinweg. 19 Jahre. Über 10 Jahre. Drei Fschütt ins. Es gab einige Sachen, die Herr Schütt für uns geklärt hat. Seminar zu gehen. Zwei Seminare besucht. So, dass wir das gar nicht gemerkt haben. Vorausschauend. Herr Schütt vertritt selbstverständlich die Interessen seiner Kunden. Der für mich arbeitet und eben nicht für meine Bank. Und nicht die der Bank. Genau das, was wir wollten. Probleme gab oder wie machen wir das, wie lösen wir das. Dadurch sticht man eben auch Mitbewerber aus, die die Wohnen auch haben möchten. Das Beste, was mir überhaupt je passieren konnte, ist. Der war immer mit Rat und Tat stattdessen überseitig. Bei Herrn Schütt gelangt. Die Verhandlungen waren nicht immer einfach mit der Bank, aber dank ihres zählen Verhandelns. Kompetente. Kompetent. Beratung. Sehr ehrlich. Busshalb von einer Bank. Mit guten Händen. Da ist wirklich jemand, der sich um die Person kümmert. Gut aufgehoben. Reif schützt. Es ist gut gelaufen. Herr Schütt hat es tatsächlich geschafft. In kurzer Zeit mir eine Finanzierung aufgestellt hat, die... Besichert. Hand und Fuß hat. Einfach. Gut aufgehoben. Verständlich. Kann es mir nicht besser wünschen. Sehr viel Arbeit abgenommen. Dann... Ich bin sehr froh, dass ich mich nicht persönlich um diese ganzen Dinge kümmern musste. Einen persönlichen Termin. Ein gutes Gefühl, das einfach abgeben zu können. Bei der Maklergotage wurde tatsächlich ein riesengroßer Batzen. Du weißt auch, was du machst. Das war eigentlich nicht verhandelbar. Ich bin praktisch ein reicher Mann geworden. Hat Ralf dann doch irgendwie hinbekommen. Wie genau ist mir ehrlich gesagt immer noch ein Rätsel, aber ist mir auch wurscht. Die Entscheidung war auch goldrichtig. Es war definitiv die richtige Entscheidung, das bei Ralf zu machen. Von zwei Freunden empfohlen. Wir sind super happy. Von einem Experten. Vertrauen. Das Beraterhonorar, das war tatsächlich sehr gut angelegt. Die kann nur empfehlen. Unbedingt. Weil wir dann so viel eingespart haben, dass das Beraterhonorar schon direkt wieder ausgeglichen war und sogar noch für uns einen wirtschaftlichen Vorteil gebracht hat. Wir sind glücklich und zufrieden. Es lohnt sich. Daher wären wir jetzt ganz alleine ohne Berater dieses ganze Projekt angegangen, hätten wir sicherlich, wären uns einige tausend Euro durch die Lappen gegangen. Sehr gut aufgehoben gefühlt. Also es ist uns sehr wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der auch in der Zukunft bereitsteht für Fragen rund um Immobilien, rund um die Vermietung. Das hilft einem sehr. Wie war's? Ich habe jetzt ein super Gefühl, wenn ich jetzt anderen Freunden, Bekannten davon erzähle, weil ich weiß, da ist wirklich jemand, der sich um die Person kümmert. Hervorragend. Win-Win-Situation. Wie bei dem vorhergehenden Projekt auch schon. Warum ich meine Kunden nicht mehr Kunden nenne, sondern Klienten. Okay. Hast du eine Idee? Sie sprechen die Sprache in unsere Richtung, die wir verstehen? Nein. Das ist ganz spannend. Das habe ich von einem Amerikaner aufgegriffen. Der sagte, laut Webster's Dictionary, glaube ich, ist ein Kunde etwas Austauschbares. Ist eine Ware. Und in die andere Richtung, die die Banken verstehen. Ist eine, wie ich sage, Commodity. Das ist so, wie wenn, was weiß ich, hier Vodafone sagt, wir verkaufen jetzt, keine Ahnung, 50.000 Kunden, dann bist du eine Nummer. Ja. Und Klient ist jemand, mit dem man ganz langfristig zusammenarbeitet und wo man sagt, okay, wo es einfach darum geht, dass man das Bestmögliche in der Situation macht. Ja, und er sagte das sogar, das war ganz interessant, dass er sagt, eigentlich in Anführungsstrichen so als erweitertes Familienmitglied. So, dass man sagt, okay, wenn ich an deiner Stelle wäre und die gleiche Situation hätte mit Eigenkapital, Wohnsituation, Familie und so weiter und so fort, dann würde ich das genau so machen. So, und das ist eigentlich der Unterschied, deswegen bist du neuerdings ein Klient und kein Kunde mehr. Super.